Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Hier spiele ich nämlich die Pumpkins Revenge nochmal. Ihr habt das Video wahrscheinlich schon auf dem Kanal gesehen. Da wir sie aber leider verloren haben, dachte ich, ich spiele es nochmal und nehme es auf. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dies einmal zu gewinnen, was ziemlich schwierig eigentlich ist. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Tipps, die man befolgen muss. Der erste Tipp ist, nämlich hier, wo ich gerade mich auch befinde und wo ich gerade diesen Pumpkin besiege, bei diesen Feldern, die Pumpkins, die da wachsen, abzubauen. Man muss so zweimal abbauen, dann sind sie weg. Da aber die Random Ticks, die jetzt relativ hoch gestellt ist, wachsen die schnell wieder nach. Aber das verhindert schon mal fürs Erste, dass die Pumpkins spawnen und nicht so in Massen ankommen. Der zweite Tipp ist, sich nicht so sehr auf die Giants, die dann in Welle 2, 3 und so weiter kommen, sich zu fokussieren. Das Hauptproblem, was liegt eigentlich hier jetzt auf der Seite, wo ich mich gerade auch befinde, und man sollte versuchen, mit dem Basement Slam, also mit diesem Eisnarkt, wie ich noch gerade gemacht habe, die Mops mit Flächenschaden zu töten. Der dritte Tipp ist es, die Creeper, die von dieser Seite kommen, zu töten. Bei jedem Kill der Creeper sterben die nicht einfach, sondern sie explodieren und können damit auch weitere Mops töten. Man sollte aber darauf achten, dass man nicht sonst einige Entfernung macht und nicht zu nah an seinen Teammates oder an sich selbst. Sonst könnte man natürlich auch sterben. Also ganz wichtig ist es, das Grücken von den beiden Seiten, hauptsächlich von dieser Seite, wo ich mich gerade befinde, zu verteidigen. Und hier könnt ihr jetzt einfach noch den Zeitraffer zu Ende schauen, wie ich diesen Pumpkins Rewash gewonnen habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Haut rein. Und ciao. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.